Sonja Kehler war eine deutsche Schauspielerin und die Söse, die durch ihre Brecht-Interpretationen internationale Bekanntheit erlangte, Leben. Nach ihrem Schauspielstudium an der Theaterhochschule Leipzig war sie zunächst einige Jahre erfolgreich an verschiedenen DDR-Bühnen tätig, unter anderem als Luise in Kabale und Liebe, Schente in der Gute Mensch von Sesuan, Grusche in der kaukasische Kreidekreis, Als Elisa Doolittle in My Fair Lady und Seeräuber Jenny in der Drei-Groschen-Oper gab sie erste größere Kostproben ihres auch musikalischen Talents. Feste Engagements hatte sie in Brandenburg und Karl-Marx-Stadt. Letztlich war es auch die Gestaltung der Gesangstücke der Brecht-Rollen, die Kehler bereits während ihres Schauspielstudiums zum Chancen brachte und die sie mit neuen Nuancen belebte. Bereits zu dieser Zeit nannte man sie die singende Schauspielerin. 1967 nahm sie an dem 1. Chancen-Wettbewerb der DDR teil und erhielt den Sonderpreis des Rundfunks. 1971 in Berlin stand Kehler schließlich mit ihrem ersten eigenen Brecht-Programm auf der Bühne und wurde von Publikum wie Kritik gut aufgenommen. Bald auch von der internationalen Kritik als eine der erfolgreichsten und wichtigsten Interpretinnen deutscher Sprache beachtet, erschienen ihre Schallplatten, die sie fortan veröffentlichte, zum Teil auch in Westdeutschland und im Ausland. Sonja Kehler sang ihre Chansons häufig auch in mehreren Sprachen. Diverse Tourneen und Reisen ins Ausland noch zu DDR-Zeiten nach Polen, Ungarn, Bulgarien, Algerien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Belgien, Luxemburg, in die CSS und nicht zuletzt in die BRD zeugten des Weiteren vom internationalen Format der Künstlerin, die damals von einer Kombounterleitung von Bernd Wefelmeier begleitet wurde. In der DDR war sie zudem häufig im Radio und Fernsehen zu hören. Nach der Wende arbeitete die Schauspielerin am Exzellenzhaus Trier auch als Regisseurin, tritt aber auch weiterhin mit literarischen Programmen auf, die immer noch zum Besten gehören, was diesbezüglich angeboten wird. Ihre bevorzugten Autoren sind hierbei Brecht Kästner, Tucholsky, Ringelnatz, Heinrich Heine und Else Laskar-Schüler, deren Texte sie sowohl gesprochen, gespielt als auch gesungen darbietet, häufig mit Milan Samko als Begleiter am Klavier, mit dem sie schon in der DDR für Plattenaufnahmen UE zusammengearbeitet hat. 1999 war sie zudem in dem Kinofilm Helden wie wir nach einem Roman von Thomas Brussig zu sehen. Bis heute sind über ein Dutzend lang spielende Tonträger der Dizöse erschienen. Diskografie Was glaubt ihr denn, wenn nicht an euch? Monolog über die Liebe Eisler Lieder mit Sonja Kehler Mitternachts-Trolleybus Sonja Kehler singt Hans Eisler So muss es sein Marie Neue Lieder mit Sonja Kehler Dessau Lieder Sonja Kehler singt Lieder von Paul Dessau nach Texten von Berthold Brecht Brecht Portrait Geflügelte Sätze Lieder mit Sonja Kehler Sonja Kehler singt Brecht Gegen die Fresse Die Langeweile und das allgemeine Geschwätz Dichtungen von Johannes R. Becher Mitteilung an meine bedrückten Freunde Die Welt ist rund Helles Schlafen Dunkles Wachen Else Laskar Schüler Sempler CDS Sonja Kehler singt Brecht Recordings 1972 zu 78 Der Brecht und ich Hans Eisler In Gesprächen und Liedern mit Sonja Kehler Ernst Busch Hans Eisler Säber und anderen Bühnenauftritte Luise in Kabale und Liebe Katharina in der widerspenstigen Zähmung Chente E. in der gute Mensch von Saison Elisa Duletel in My Fair Lady Karl-Marx-Stadt Jenny in Drei-Groschen-Oper-Theater Karl-Marx-Stadt Grosche in der kaukasische Kreidekreis Elisabeth in Maria Stuart Fedra in Fedra-Stadt-Theater Klagenfurt Chente Schuiter in Der gute Mensch von Saison-Castro-Brauxel Anna in Die sieben Todsünden der Kleinbürger Dame in Grau Happy End Heather Edith Piaf Solo-Auftritte Briefe aus dem Gefängnis Heute Abend Lola Blau Liebesgeschichte des Jahrhunderts Hörspiele 1970 Wolfgang Kießling Es gibt nur einen wie Regie Marita Hübner 1970 Helga Pfaff Die Schildbürger Regie Horst Liebach 1972 Agnieszka Osika Appetit auf Frühkirschen Regie Albrecht Surkau 1973 Hans-Ulrich Lüdemann Überlebe das Grab Regie Werner Grunow Rezensionen Auf dem Cover von Monolog über die Liebe Sonja Kehler verfügt über eine herbschöne wandlungsfähige Stimme wohlfundiert in der Tiefe und bis in erstaunliche Höhe ausdrucksvoll moduliert Konsequent bleibt Sonja Kehler in ihrem stimmlichen wie darstellerischen Gestus immer auf dem Ausgangsboden des Schauspielerischen Meidet jede rein sängerische Ambition in genauer Kenntnis der Spezifik des Genres Das Lied erscheint die ganze Zeit von vollem Bewusstsein durchdrungen Sie weiß was sie singt und sie versteht auch ihren Zuhörern das verständlich zu machen Anführungszeichen Punkt 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 Wie überhaupt die leisen Töne verhaltener Schaminnigkeit gelegentlich auch gepaart mit leiser Ironie Ihre eigentlichen Domänen zu sein scheinen Von dieser Homepage Man kann von ihr wirklich sagen sie sei eine gestische Schauspielerin Das anziehende oftmals hinreißende ihres Vortrags besteht gerade darin dass sie zu jedem Gedicht das sie singen vorträgt Einen eigenen Gestus zu finden vermag wie sie da steht wie sie mit ihren Armen und Händen und Fingern redet wie sie die Züge ihres Gesichts dem was sie singt anpasst oder widersetzt Und natürlich wie sie die Stimme moduliert und selbst gestisch wirken lässt und wie sie das Kunststück fertig bringt Sich in kaum einer Geste zu wiederholen Nebenbei unbelehrbar wie Sonja Kehler nun offenbar mal ist hält sie auch an einer Tugend fest die aus der Mode gekommen ist Sie spricht die Texte so dass man sie versteht Artikulation als Voraussetzung eines Berufs dessen Grundlage das öffentliche Sprechen ist